einen wunderschönen guten tag zu einer neuen folge von train symbol 2 denn ich bitte dass wir werden heute ein wenig fracht umschlagen das ganze findet auf der strecke hamburg lübeck stadt und dies ist hier der ablaufplan und ja wir haben einiges zu tun wir werden es einfach mal angehen würde ich sagen so wir sollen warten bis das signal freigabe gibt wenn wir das tun wenn uns eben vergewissern so so Ja, das Signal hat eigentlich Freigabe gegeben. Ah ja, jetzt kommt das Signal. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Lösen. Das werden wir natürlich tun. So. Und erhöhen Sie die Leistung. Natürlich. So. 35 Kilometer bis Lübeck Hauptbahnhof. So. Zug beeinflussen. So. 60 Kilometer. Ah ja, das ist auch schön. Das Geräusch. Das bedeutet, die... Alle Wagen sind jetzt aus dem weichen Bereich raus. So, wir können weiter aufschalten. So. Das sieht doch schon viel schöner aus. Das ist also heute unser Gespann. Was wir zu bewegen haben. Und ihr habt es gesehen. Das sind Containerwagen. Die wir jetzt bis nach Lübeck HG BF bringen sollen. Und mal sehen, was uns dann erwartet. Oder wie wir weitermachen sollen. Sagen wir mal lieber so. Sagen wir mal lieber so. Der KI-Verkehr lässt leider noch etwas auf sich warten. Aber es ist ja noch ein langes Szenario. Wir haben noch viel zu tun. Von daher bin ich da ganz optimistisch, dass da noch genügend Rollmaterial uns entgegenkommt. Sei es Regio, Fähren- oder Güterverkehr. So, ich denke... Ich denke... Wir können hier schon mal Leistung wegnehmen und auf die Bremse gehen, weil wir gleich 90 fahren sollen, bevor gegeben ist. Ihr erinnert euch vielleicht noch in einem anderen Video, auch TSW 2, bin ich mit 137 in eine Weiche reingefahren, die mit 50 zu nehmen war. Und ja, das hat unserem Guterzug überhaupt nichts ausgemacht. Der hat die Weiche locker genommen, aber wiederholen möchte ich das trotzdem nicht. Von daher, wir haben uns hier schön an die Geschwindigkeitsvorgaben halten, so wie es im echten Leben ja auch sein muss. Sonst greift die PZB ein und dann ist Schluss. Beziehungsweise dann gibt es eine hübsche Zwangse. Ich habe jetzt hier keine PZB an, aber trotzdem möchte ich mich doch an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Sofern es möglich ist, natürlich. Wenn mich nicht alles täuscht, wird es auch so langsam dunkel. Das macht die ganze Sache noch etwas spannender, finde ich. So, das ist so. Also nun schon mal unser ganzer Zug, nur damit ihr ihn mal gesehen habt. Also, Leerwagen und Containerwagen, die wir da unter uns herziehen. Und ja, wie gesagt, was in Lübeck dann zu tun ist, weiß ich noch nicht. Ich habe das Szenario auch noch nicht gespielt, von daher bin ich da ganz gespannt und lasst mich da überraschen. Ob wir da noch Kuppelarbeiten machen müssen, ob wir unsere Lok umsetzen müssen, Wagen umsetzen müssen oder, oder, oder. Ich bin da sehr gespannt drauf und ich nehme an hier auch, von daher lasst wir uns einfach überraschen. Ich habe übrigens das hier gesehen, finde ich ja schnöckig. Das ist ja, da fehlt mir nur noch die Nase. Haha, auch nicht schlecht. Nice, nice. So, es ist jetzt gleich noch 25 Kilometer. Nur schade, dass bis jetzt kein KI-Verkehr zu sehen ist. Das ist wirklich schade. Das trübt das ganze Szenario bis jetzt ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich schade. Nicht schlecht. So, so. Wir werden am Ende schnell. Oder zu schnell. So. Wenig Gegenbremsen, sonst wird es zu schnell. Vor allem, weil es hier auch bergab geht. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass uns da bis jetzt nichts entgegenkommt. An Rollmaterial, also, finde ich ein bisschen schade. So, wie gesagt, sehr, sehr schade. So, wie gesagt, sehr schade. Aber vielleicht ist auch einfach gerade hier nichts unterwegs. Dass einfach gerade hier nichts fährt, das kann ja auch alles sein, was das wirklich so ist. Oder es ist einfach Szenario bedingt oder wie auch immer. Es ist einfach traurig im Moment, dass hier nichts fährt. Vielleicht ändert sich das ja noch, wenn wir in Lübeck sind. Wollen wir es doch mal hoffen. Sehr schön. Habe ich hier auch in Level 2 erreicht. Das freut mich doch. So, hier haben wir gelb oder sehe ich das falsch? So, 19 Kilometer noch. Da haben wir unseren ersten Stopp geschafft. Also im Moment etwas einschläfernd, das Szenario, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht gibt es sich das ja noch. Wie gesagt, ich habe das Szenario selber noch nicht gespielt. Und von daher kann ich euch nicht sagen, wie es wird. Ich glaube es nicht, da kommt endlich KI-Verkehr. Regionalexpress, Dosto voraus, wunderbar, wunderschön. Mit einer 143er hinten vorne dran. Nein, falsch. Mit einer 112er hinten dran. So ist es. So, davon bitte mehr, bitte mehr Rollmaterial, bitte mehr KI-Verkehr. Da hört man schon die Gänse und alles am Quaken und am Zwitschern. Sonst hört man ja auch nicht viel. Wenig verlassen hier, die ganze Gegend. Aber mich verlässt ein bisschen die Geschwindigkeit. Mal wieder ein bisschen aufschalten. Dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 So, 15 Kilometer noch, die Hälfte haben wir, wunderschön. Oder ein bisschen mehr als die Hälfte sogar, 35 waren es, jetzt haben wir noch 15. Aber die Lok ist wenigstens ein wenig leichter zu regulieren, als die beim letzten Mal. Muss ich ehrlich sagen, also die war ja, puh, dagegen ist das hier ein Klacks. Kann man wunderschön regulieren. Aber was mir bei TSW immer noch fehlt, und zwar ganz massiv fehlt, sind erstmal mehrere ICs. Also die ganzen Generationen von 1 bis 4. Mir fehlen vor allem Ansagen. Also das wäre schon nice, wenn das dabei wäre. Gespräche zwischen Triebfahrzeugführer und Fahrdienstleiter, Zugchef und Triebfahrzeugführer und, und, und. Also das wäre schon schön. Und Bahnsteigansagen, beziehungsweise Bahnhofsansagen. Und sowas wäre hier wirklich noch richtig, richtig nice, wenn das auch noch kommen würde. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Packt es in die Kommentare. Was fehlt euch noch bei TSW? Was ihr gerne noch dazu hättet, was ihr euch noch wünscht? Packt es in die Kommentare. Würde mich freuen. So, dann sind es gleich noch 10 Kilometer. Dann schauen wir mal, was passiert. Langsam wird es dunkel. Also ist der Matt schon ganz ordentlich. So, jetzt müsst ihr es, wo er eigentlich auch schnell ging. Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt vorspulen, wenn euch das hier, die Fahrt hier zu lange ist. Ich kann es leider nicht. Ich muss die Fahrt machen, natürlich. Äh, ja. Aber, 9 Kilometer noch. Ja, ich muss die Fahrt machen. So, jetzt haben wir auf der ganzen Strecke von dem Startpunkt bis hierher einen Gegenzug gesehen, beziehungsweise einen Gegenzug. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Das ist ja wohl ein bisschen traurig. Und das ist kein irgendwie herunterladenes Szenario, weil ich irgendwie kein Rollmaterial vorhanden habe, sondern es ist ein Szenario von TSW 2, der zu dieser Strecke dazugehört, also dass es dabei war bei der Strecke. Und ja, finde ich ein Rollmaterial jedoch ein wenig trusslos, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber bis jetzt, muss ich wirklich sagen, ist doch mehr schlecht als recht. Das muss ich aber noch deutlich steigern. So, fünfeinhalb noch. Den 3,8 tüfen mal abbremsen auf 90. Da kommt wenigstens etwas Action hier in die ganze Sache. Da kommt wenigstens etwas Action hier in die ganze Zeit. Das ist ja nicht dabei, bis jetzt, ist es noch alles. Da kommt wenigstens etwas Zeit, eine ganze Zeit. Das ist schon mal so schwer, dass ich auch schon mal in die ganze Zeit liegere. Also ihr wisst ja, ich bewerte auch Szenarien und wenn ich das bis jetzt bewerten sollte oder müsste, würde ich sagen, naja, also bis jetzt, naja, ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich hoffe, es kommt noch was, was das, naja, in cool ändert und wunderschön ändert, weil er bis jetzt ist, naja, ihr wisst Bescheid. Oh, jetzt sollte ich aber doch bremsen, bremsen, bremsen. So, keine Panik. So, 40 Vorankündigungen. Das heißt, wir werden dann weiter auf die Bremse gehen und das kann beim nächsten Signal schon aktuell sein. Das heißt, wenn das nächste Signal nicht mehr blinkt, sondern ein toerhaftes Leuchten ist vom grünen Signal oder vom grünen Licht, dann gilt das ab da. Und da sollte man dann frühzeitig auf dem Tempo sein, wo man welches vorgegeben ist, sonst gibt es Ärger. Na gut, das war vielleicht jetzt ein bisschen früh, aber das kann man vorher nicht wissen. Ja, da ist es nochmal am Blinken, da wird es nochmal angekündigt. Aber beim nächsten Signal ist es dann soweit. Heißt, die Vergleiche sowieso erst mal 60, also ich war ein bisschen optimistisch mit den 40. So, das dürfte reichen. So, anderthalb noch. Ich kann das Ziel schon sehen. Ich kann das Ziel schon sehen. so ist noch mal über da müsste es passen wobei nee wir fahren noch mal rüber wir fahren jetzt auf und aufs außengleis meine herren ah nee doch nicht dann habe ich nichts gesagt alles klar so 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 da ist unser ziehtpunkt genau da wollen wir hin so 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 entkuppeln sie ihre wagen hier ja dann werden wir das tun endlich kommt mal ein bisschen action in die sache hier so also mal ein bisschen arbeiten genau da geht es raus so 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 Ja, es ist nicht so einfach. So. Ich bin noch ein in die Lok. Zack. Wir machen morgen wieder zu. So. Wieder hingesetzt. Bremsen gelöst. So, und langsames Anfahren, weil wir sind nämlich jetzt Solo. Und da saust die ein bisschen schneller los, wenn man zu viel Leistung aufschaltet. Seht ihr? Die schießt ordentlich los. Und da wir ja nicht weit brauchen, brauchen wir ja auch nicht groß losfeuern. So. Lübeck HGBF Gleis 48. Das wird wohl an der anderen Seite sein. Beziehungsweise, dann werden wir das hier auf, äh, ausstellen. Das werden wir normal, aus, so. So. Äh, wir werden uns an die andere Seite begeben. So. Richtungswinder an. Äh, das machen wir ein. Zack. Ne, nein. Dann lassen wir es so. Bremsen lösen. Und da müsste es eigentlich jetzt auch losgehen. Ja, wunderbar. Funktioniert doch. Danke. So. Gleich ist es 40. So. Und da hinten könnt ihr dann auch schon das nächste Ziel sehen. Und jetzt, äh, kommt Vincennes ein bisschen Spannung in die ganze Sache. Äh, auch wenn wir so wenig Rollmaterial haben, beziehungsweise KI-Verkehr. Und, äh, die Fahrt bis nach Lübeck war auch nicht gerade ereignisreich. Also, dann haben wir wenigstens jetzt ein bisschen was zu tun. Und, äh, das gleicht das Ganze ein bisschen aus, muss ich sagen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Wir haben ja freie Fahrt. Das ist kein rotes Signal. So. So. Kuppeln Sie an die nächste Gruppe von Wagen. Das heißt, wir werden abermals den Führerstand wechseln. Na komm. So. Führer. Ach, ja. Das machen wir aus. Äh, das machen wir aus. Das bleibt so. Dann können wir rüber wechseln. So. Ist ein Gelauf für heute. Wandermeter. Die machen wir auch wieder zu. Setzen uns wieder in den Sitz. Ach, dann ist gleich Prozedere von vorne. Richtungswender nach vorne verlegen. Äh, Signallichter ein. So. So, bremsen. So, weiter geht's. So, 40. So, dann sind wir gleich. So, dann wird's fertig. Bisschen, da muss er mal leer. oi oi oi, das war ein bisschen feste so wollen wir mal kurz aussteigen so, was sollten wir doch eigentlich wunderschön hier wieder runter aber wie, wie komme ich hier wieder runter, Hilfe so, ok 6 Meter das heißt äh, wo bin ich denn jetzt hier Personatschieferie, ja sehr schön also müssen aber erst ne, hier müssen wir eben genau setzen sie hier kurz in den Sitz so, das überhaupt erst mal auf lösen stromabnehmer auf senken den auf aus setzen sie sich in den Lokführersitzer das heißt, wir werden hier wieder raus marschieren Tür schließen ah, Rollmaterial KI-Verkehr, wunderschön so werden den Richtungswender wieder auf neutral verlegen Stromabnehmer heben Hauptschalter schließen die Wagen sollen nach Hamburg-Rotenburgsort gebracht werden nun denn dann lösen wir die Bremsen äh ein ein so dann werden wir jetzt loslegen auf geht's 53 Kilometer na herzlichen Glückwunsch an Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schauen noch mal kurz in den Ablaufplan. So, das haben wir alles erledigt. So, wir sollen jetzt eigentlich nur noch nach Hamburg fahren. Dann werden wir das tun. So, wir sollen jetzt noch mal kurz in den Ablaufplan. So, wir sollen jetzt noch mal kurz in den Ablaufplan. so wäre aber schön wenn wir jetzt mal ein wenig aufschalten könnten hier na endlich so Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich würde sagen, dass es ja auch noch eine Strecke ist bis Hamburg, würde ich das Video an dieser Stelle beenden und daraus den Zweiteiler machen. Und ich würde sagen, ich speichere das Ganze mal. Und wir sehen, bzw. ihr hört mich dann beim zweiten Teil wieder. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wir hören uns dann beim zweiten Teil wieder. Wenn wir dann auf der Fahrt, dann bis nach Hamburg. Und ich sage dann mal, bleibt mir treu, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Spielters. Macht's gut. Ciao. Servus. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.